Hallo liebe YouTube-Freunde, heute wieder eine neue Folge Let's Play Planet Sight 2 im Singleplayer. Ich bin wieder in einer Armee von Zukov und wir spielen auf dem schönen Eisplaneten Isamir. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir haben jetzt kommt, ja, es müsste schon Hausern sein, die erste Folge von unserem Let's Play Planet Sight 2 Together. Eine richtig geile Folge auf jeden Fall. Und, ja, leider hat es meine Soundaufnahme verrissen oder gelöscht. Gibt es leider keinen Game Sound von mir, also meine Stimme müsst ihr leider verzichten. Aber dafür habe ich euch gedacht, nehme ich jetzt mal wieder Singleplayer auf und es ist ja nicht die letzte Folge Let's Play Together. Sie wird wiederkommen und da werde ich meine Stimme hoffentlich diesmal richtig hinbekommen. Was gibt es noch? Gestern, also am 1. Ja, am 1. Nein, doch. Doch, am 1.1. Wurde, wurden die Sony äh, Server mit dem DDOS-Angriff lahmgelegt. Was ich auch sehr verwundet, dass das jemand geschafft hat. Angeblich nur mit 10% seines Netzwerkes. Was ich dann auch ja sehr respektabel finde, wenn man nur 10% braucht, um diese... um Sony lahmzulegen. Oh Gott, bleich jetzt wieder einen Stuss zusammen. Und, naja, Respekt, oder kein Respekt, Schande über dich, der, der das getan hat. Wir konnten gestern keinen Blende 2.2 zocken, was ich sehr schade fande. Aber es gibt hier jedenfalls gute Nachrichten von meinem YouTube-Kanal. Ich habe jeden Mengen geilen neuen Stuff durch die Feiertage gekauft, auf Steam. Und es wird auch eine Kreisfahrt geben. Oh, gepennt. Ähm, neue, viele, geile Videos, auch Horror-Action, also Horror-3-Ego-Shooter-Z-Person. Wird es auf jeden Fall demnächst geben. Bin ich jetzt schon am aufnehmen. Und, zack. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Mir macht das Spiel schon sehr einen Spaß. Ich hoffe, es wird lustig. Oder spannend für euch, dass ich es gut rüberbringe. Auch die Atmosphäre. Und so. Ja, jetzt bin ich mal hier. Sukhov. Mir nimmt jetzt eher nicht diese Anlage ein, weil keine Ahnung warum. Das ist auf jeden Fall noch auf jeden Fall noch gesperrt. Wir haben den vorhergehenden Punkt nicht angenommen. Und jetzt soll ich auf mich gucken, nicht da runter gucken. Gibt es heute Double XP? Ich weiß es gar nicht. Als Entschädigung vielleicht möglich wäre es natürlich. Es wäre auch schön, wenn es so wäre. Aber ich verstehe nicht, warum er meint mit hier stehen. Und Achso. Nur ein Teil von uns steht hier. Aber das könnte man auch einnehmen. Also in fünf Sekunden. Wo ich auch liegt schon belagert. Wird eingenommen. Okay. Okidoki. Wenn auch schon eingenommen wird. Dann könnte ich jetzt mir mal die Splat... Ah, da. Ha. Feuer hat einer. Habe ich jetzt aber nicht gesehen, wo genau. Egal. Oh, Double Speed. Oh, jetzt. Bam. Ach gut, da kann man auch noch nichts reißen. Wir campen die nur. Ist ja auch langweilig. Wenn wir es nur campen. Geh ich zurück. Und nehmen wir es noch mit ein. Gibt es wenigstens ein bisschen XP vorher. Und vielleicht traut sich einer oder andere raus, um es zu verteidigen, zu versuchen. Ich bin mir so in der Überzahl auf Esamir. Dass sie gar keine Chancen haben. Ich weiß es nicht. Ist es meiner? Nein. Wo ist es meiner? Ah. Der steht irgendwo da hüben. Habt man ja noch zwei Minuten Zeit. Da ist er. Mein Flash. Ich park ihn mal um. Brauchen tue ich ihn so eh nicht mehr, aber. Welche Schade, wenn ich ihn kommen lasse. Papp. So. Na. Ja, die wahre Jakob bin ich immer noch nicht mit dem Ding, der ist so wendig. Also so. Er dreht sich. Er dreht ziemlich schnell durch. Bam. Was feuerst du denn? Achso. Da ist doch gar nichts los. Das ist doch gar niemand. Ich weiß nicht, wo es auf der Feuer hat. Ah, doch da. Zwei, drei sind doch noch da. Da ist einer. Mann. Oh, was sehe ich? Oh, Mist. Hab ich jetzt verzogen. Von der eigenen Leute wird ein Haufen geknallt worden. Und da ist ein Sunny. Ja, gut. Sogar echt. Danke, Mann. Könnte ich grad nochmal kommen. Bin grad in der Nähe bist. Puppel. Puppel. Ja. Ja, da ist er ja. Ja, jetzt wird er da. Ah, da kommt nochmal einer. Ich will nicht da hinten spawnen. Ja, anscheinend wird er hier nicht auf meine Wünsche Rücksicht genommen. Wie ich sehe. Na, egal. Muss ich besser aufpassen. So. Zwei, eins. Na ja. Dafür hat er sich schon. Hilf Minuten Spiel. Ja, nicht ganz, aber. Ich glaube, eben leichte Mikrofonprobleme. Jetzt nicht mehr, natürlich. Sonst könnte ich ihn hier nicht so schön aufnehmen. Gucken. Oh, hier ist der Fallschaden. Bug, der war so schön. Ich will ihn zurück. Ja. Oh, oh. Ah, diese Titankuhle. Du bist ein gemeiner Bob. Cebo. Placebo. Ja, kommt da Sunny? Boah, der hat echt platt gemacht. Ja, Sunny. Sunny, komm schon. Ja, ja. Links. Links. Schmutz verarschen. Diese Einrichtung gehört für die MK. Ja, gut. Oh nein, nein. Nein, das Land nicht. Oder? Das reicht. Durch. Schmutz-Generator-Krieg. Ja. 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 oder auch nicht. Aber ich glaube, es wird jetzt ein bisschen actionreicher hierhin. So sieht es mal aus, dass hier sich ziemlich viele neu formierte Feinde anfinden. Und da wird es auch ein, zwei, was für mich abfallen. Oh ja. Da fällt bestimmt jede Menge ab für mich. Ja, anscheinend gibt es echt WXP heute. Ich spiele nicht zu viele. Oh man, halt das. Ich bin brutal, wie das Halen tut. Man, nicht genug getroffen. Wieder hoch. So. Ah, Mist. Mann, oh Mann, oh Mann, hat mich einer gesehen. Egal. Kriege ich ja wieder hin. Also, wenn Leute wieder bei dem Ding dabei sein wollen, das nächste Let's Play Together. Wann wird das stattfinden? Gute Frage, gute Frage. Ja, dann Ja, Ich bin